Was ist deine Komfortzone und vor allen Dingen der größte Irrtum überhaupt? Über das Thema Komfortzone wird so viel geredet, aber wirklich keiner oder ganz wenige checken, was dahinter steckt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe schon hier ein bisschen vorgemalt. Meine Mahlkenntnisse sind nicht vom Allerbesten und da kann ich auf jeden Fall noch eine Menge dazulernen. Aber für das, was ich euch sagen will, wird es auf jeden Fall reichen. Und das Interessante bei dem Thema Komfortzone, nämlich das ist diese Zone hier in der Mitte, das ist der Komfort. Man könnte auch fast sagen, die Komfortzone ist im Prinzip die Zone der Langeweile. Weil Komfortzone hat im Prinzip überhaupt gar nichts damit zu tun, dass das eine Wohlfühlzone ist, was viele glauben. Ja, man könnte sagen, da fühle ich mich wohl, das ist so die Couchzone. Oder die Couchzone, das ist alles ganz nett und ganz schön. Aber im Endeffekt, wenn man in dieser Zone ist, in der Komfortzone, dann ist man eigentlich in kompletter Langeweile. Ja, also Komfortzone ist gleich Langeweile. Weil da passiert rein gar nichts. Und deshalb ist diese Zone auch auf gut Deutsch gesagt wirklich Kacke. Ja, das macht keinen Sinn, wenn du dich darin bewegst. Weil es hat was mit Langeweile zu tun. Du weißt nämlich gar nicht wirklich, was willst du tun. Oder du suhlst dich in dem Glauben daran, dass das Komfort mit sich zieht. Aber am Ende ist es, du hast Langeweile oder ich könnte sogar noch einen drauflegen. Du hast kein Spiel. Du hast kein Game, was dir wirklich Spaß macht. Denn Menschen, die in diese Komfortzone sind, beziehungsweise die geraten sogar regelrecht da rein in diese Komfortzone, das sind Leute, die einfach ihr Spiel verloren haben. Denn irgendwann mal waren die, bevor die in dieser Zone waren, waren die begeistert, enthusiastisch, hatten richtig Bock, haben richtig Gas gegeben. Und in jedem Bereich, ob in deinem Unternehmen oder in deinem Privatleben, kommst du dann irgendwann mal rein. Das ist etwas, wo du Dinge beherrschst, wo du sie gut kannst, wo dir nichts mehr wirklich schwerfällt. Und das könnte man auch, das wäre nämlich der nächste Punkt, sogar als eine Art Todeszone bezeichnen. Denn das ist die Zone, wenn du da lange drin bleibst, wenn du da lange verharrst in dieser Zone, dann kann man dir regelrecht zugucken, wie du eigentlich abstumpfst, wie du sogar regelrecht kaputt gehst. Okay? Deshalb ist diese Komfortzone absoluter Bullshit. Und du solltest niemals in deinem Leben zulassen, da zu lange drin zu bleiben. Am besten gar nicht. Schauen wir uns mal die zweite Zone an. Diese zweite Zone, das ist nämlich deine Lernzone. Die Lernzone, diese grüne Zone habe ich auch bewusst so grün gemacht. Das ist die Zone, also Lernzone, in der bei dir unheimlich viel passiert. Also das heißt, das ist eine Zone, wo unter anderem Entwicklung passiert. Man könnte sie auch nennen die Zone des Wissens. Also die Wissenszone. Du nimmst Wissen auf. Aber Lernen hat ja nicht nur etwas mit Wissen zu tun, sondern Lernen hat vor allen Dingen mit drei Dingen zu tun. Erstens mal, du nimmst Wissen auf. Aber Wissen aufnehmen, hey, komm, mal ganz ehrlich, was bringt dir Wissen? Und die sagen alle zu dir, hey, am Ende des Tages bist du irgend so ein Fachidiot. Bringt dir nicht viel. Also zu Wissen gehört immer Verstehen. Weil was du nicht, wenn du Wissen aufnimmst und es aber nicht verstehst, bringt das nicht viel. Und wann verstehst du Wissen? Genau, du verstehst dann Wissen, wenn du es auch umsetzt. Und Umsetzen passiert niemals ohne zu verstehen. Also ganz wichtig, Wissen. Und dann brauchst du Verstehen. Und wenn du Dinge verstehst, ja, gleich, dann kannst du sie auch umsetzen. Wenn eins dieser Dinge fehlt, also Umsetzen ohne Verstehen auch schlecht, dann wirst du nämlich stolpern. Also das heißt, du wirst die Dinge niemals wirklich professionell umsetzen können, wenn du sie nicht wirklich verstanden hast. Du wirst aber Dinge auch nie vollständig verstehen, wenn dir das notwendige Wissen dazu fehlt. Okay? Also Umsetzen ohne Verstehen geht nicht und Verstehen ohne Wissen geht auch nicht. Und Wissen ohne Verstehen und Umsetzen ist für den Arsch. Also ein ganz einfaches Spiel an der Stelle. Okay? Also in der Lernzone passiert unheimlich viel. Und jetzt kommt das Spannende. In dem Moment, wo du beim Umsetzen bist, also wo du merkst, ey, du kommst in so einen Bereich rein, dass du Dinge wirklich verstehst, dann, dann ist es besonders cool, weil dann verstehst du die Dinge auch. Das hat man, also das könnte man sagen mit Wollen. Ja? Das heißt, du fängst an, die Dinge zu wiederholen. Also wiederholen zu wollen. Man könnte auch sagen, die Willenszone. Ja? Je mehr du verstehst, je mehr du umsetzt und je mehr du umsetzt, umso mehr du beherrschst. Und je mehr du beherrschst, umso mehr willst du es tun. Und je mehr du es tust, umso mehr Power bringst du auf die Straße. So einfach ist das Ganze. Und dann haben wir noch hier diese rote Zone. Diese rote Zone, das ist so, ich empfehle, also man sagt dazu die Problemzone, man sagt dazu die Gefahrenzone, man sagt dazu die Panikzone. Panikzone, ja? Okay? Also Panik. So. Und das ist etwas, zum Beispiel, diese Panikzone, das ist, wenn man in Bereiche vordringt, die out of control sind, sozusagen, die man überhaupt nicht beherrscht, über die man überhaupt nichts weiß. Und die deshalb Leute überhaupt gar nicht erst angehen, überhaupt nicht anfassen, weil die brennt förmlich, lichterloh für die Leute. Und das ist wieder eine ganz, im Prinzip eine Zone, die ich besonders spannend finde, weil dafür musst du halt immer richtig gut drauf sein, weil das sind die Dinge, da verbrennst du dir die Finger an der Zone, wenn du halt nicht weißt, zum Beispiel, wie du dir Wissen aneignest. Oder wie du Wissen zum Verstehen bringst und wie du Wissen zum Umsetzen bringst. Je mehr du das aber verstanden hast, wie das funktioniert, also je mehr du sozusagen diese Bereiche erschließen kannst und in der Lage bist, jeden Bereich zu erlernen und dir das notwendige Wissen anzueignen, dann wird es spektakulär. Dann kommst du in den Bereich rein, wo eben nach oben für dich keine Grenzen mehr sind. Also the sky is the limit, sozusagen. Und deshalb ist auch diese Panikzone im Prinzip überhaupt nichts Schlechtes, ist aber für die meisten Menschen eben eine Panikzone. Und die hat was damit zu tun, da droht Aufwand, da droht Mühseligkeit, da droht wow, das ist aber krass oder wow, das traue ich mir aber nicht zu und so weiter und so fort. Aber, und das Schöne ist, man könnte jetzt auch hingehen und sagen, dass zum Beispiel jede einzelne Phase, die kann man natürlich auch ausdehnen. Verstehst du? Die kannst du ausdehnen. Und du erweiterst die natürlich, je krasser und je besser du am Ende des Tages wirst. Und genauso ist das im Übrigen auch mit dieser roten Zone hier. Du erweiterst die Dinge natürlich Schritt für Schritt und wirst automatisch immer besser. Was aber cool wäre und wenn du schlau bist, ist, dass du die auf jeden Fall immer kleiner machst. Das wäre sehr, sehr smart und sehr, sehr clever, weil die bringt dir nichts. Die ist, wie gesagt, extrem schlecht. Und ich kann dir übrigens sagen, in deinem Business sowie in deinem Privatleben, wenn du deine Komfortzone, und ich nenne sie die Zone der Langeweile, wenn du die zu sehr reinnimmst in dein Leben, dann wirst du merken und überprüf mal, und das solltest du auch nach diesem Video hier tun, einfach für dich, hey, wie passen diese Beispiele auf dein Leben? Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, hey, such mal ein paar Beispiele raus, wo du vielleicht da, da oder da in deinem Leben gewesen bist und versuch das mal an diesen Dingen nachzustellen und zu entwickeln. Aber eins kann ich dir versprechen, wenn du schon mal erlebt hast in deinem Leben, wo es dir nicht so gut ging, wo du am Ende des Tages nicht so genau wusstest, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dich in diesem Bereich hier bewegt hast. Und wenn du permanent versuchst, aus diesen Zonen oder in diese höheren Zonen hineinzugehen, dann bist du in einem Bereich von Creation, dass du dein Leben, also dass du einfach Dinge kreierst, dass du nach vorne gehst, weil dafür brauchst du immer diese beiden Bereiche hier, nämlich die Panikzone und auch die Lernzone, um in deinem Leben wirklich was nach vorne zu bringen. Und wenn du Bock hast, in deinem Leben was nach vorne zu bringen, dann sage ich dir eine Sache, dann bist du bei mir und bei uns genau richtig. Deshalb hier in der Infobox kannst du dir ganz einfach ein kostenfreies Erstgespräch buchen und du willst als Immobilienmakler mit Sicherheit nach vorne kommen und eben nicht in deiner Komfortzone bleiben, weil leider sind 80% der Immobilienmakler in ihrer Komfortzone bzw. in einer Zone von Langeweile. Es löp doch. Und es soll aber nicht nur löpen, sondern es soll weiter gehen, nach vorne gehen. In diesem Sinne alles Gute und mach's gut. In diesem Sinne alles Gute und mach's gut.